Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Nagelniegel, nagelneu von Klein Marketing Consulting. Mein Name ist Thomas Klein, Experte für die neue Kontengewinnung, Positionierung und Skalierung von IT-Businesses primär. Und hochgradig spezialisiert werde ich dir hier jetzt mal ein paar Tipps geben zum Thema DMC. Ich hatte ja ein letztes Video gemacht zum Thema Direktvertrieb. Da haben wir gesagt, okay, wie kommen wir jetzt endlich als Solopreneur, IT-Startup, angehender Unternehmer etc. etc. direkt an den Kunden dran. Also sogenannte Sales QO. Sales QO sind Sales Qualified Opportunities. Das heißt, es sind Interessenten, die bereit sind, von mir ein Angebot hingegen zu nehmen, dieses Mal zu prüfen und dann werden wir ins Geschäft kommen, wenn das Angebot stimmt. Also, das ist noch ein bisschen eine Stufe weiter wie jetzt in SQL, dieser typische SQL, auch in meiner Branche SAP, Adobe, Salesforce, HubSpot und so weiter. Und SQL ist einfach ein Sales Qualified Lead und relativ standardisiert kategorisiert und kategorisierbar. Das sind einfach Leute, die bereit sind zu kaufen, haben aber noch nicht gekauft. Und wir haben deren Kontaktdaten und so weiter und sind bei uns in der Pipeline drin. Dann gibt es auch die MQLs. Das sind mehr oder weniger Interessenten. Da habe ich auch ein Video dazu gemacht. Seht ihr auch bei mir in der Playlist oder hier unten verlinke ich nochmal meine Webseite. Das sind dann auch ein paar nochmal Details zu diesen Themen. In diesem Video geht es darum, wie du letztendlich SQOs, habe ich jetzt auch eine Videoserie daraus gemacht, generierst. Und das ist immer ratsam, Direktvertrieb, klar. Warum? Weil du natürlich dir die ganzen Kosten sparst für eine eigene Webseite. Viele haben noch keine eigene Webseite. Für irgendwelche Social Media Kanäle, dort Videos produzieren, zum Beispiel dieses hier auf YouTube. Unfassbarer Aufwand, dauert lange und so weiter. Werbeanzeigen, der schnellere Weg, dafür kostet er noch mehr und so weiter und so weiter. Oder der kürzeste, effizienteste, direkteste, vielleicht kosteneffektivste Weg ist halt nach wie vor Direktvertrieb. Funktioniert auch noch nach wie vor. Jetzt kommt das große Aber. Tendenziell und auch in so einem Marktumfeld, wie wir es letztendlich die letzten Jahre gesehen haben, wo alles sich zunehmend digitalisiert, informieren sich die Leute dann doch über dich, bevor sie jetzt, sagen wir mal, das nächste Mikro-Commitment eingehen. Mikro-Commitment, wir haben unser maximales Online-Vertriebsziel, du erinnerst dich an diese Videos, bitte auch bei mir im YouTube-Kanal mal nachschauen, maximales Online-Vertriebsziel. Und dann haben wir, um dahin zu kommen, vom Erst-Call, vom Erst-Kontakt, sei es jetzt über eine Werbeanzeige, Google, Facebook, LinkedIn, you name it, oder Call-Call oder E-Mail, Call-E-Mail, ist ja völlig egal. Vom ersten Kontakt, darum geht es, ja, zum zweiten, dritten, vierten Kontakt, kleine Mikro-Commitments, was runterladen, ist ein Mikro-Commitment, ein Video anschauen, ist ein Mikro-Commitment, eine E-Mail lesen, eine E-Mail antworten, eine E-Mail öffnen, jeweils ein Mikro-Commitment, sogenannte Mikro-Commitments, und dann irgendwann haben wir das maximale Online-Vertriebsziel erreicht, und dann wollen wir sozusagen der Person, den Interessenten, der Sales Opportunity sozusagen, wollen wir gegenübersetzen, in die Augen schauen. Ja, auch das kann man jetzt mehr oder weniger alles höchstkosteneffektiv umsetzen, durch Zoom-Calls, Teams-Calls, Google-Calls, aber letztendlich lohnt es sich auch, wenn man zum Beispiel regional den Interessenten zur Verfügung hat, also wenn man nicht zu weit fahren muss, ja, dass man da auch mal hinfährt, oder wenn sozusagen das Size of Opportunity, auch ein wichtiger Punkt, habe ich auch schon Videos dazu gemacht, bitte hier auch meinen YouTube-Kanal mal durchschauen, Size of Opportunity, ja, ganz wichtiger Punkt, weil aus der Size of Opportunity entsteht häufig dann letztendlich der Customer Lifetime Value, und das ist unser größter Hebel mit Abstand, wenn es um die Komplettstrategie geht, also von A bis Z, End-to-End, vom Erst-Call bis zum Bestandskontenausbau, ja, ist der Customer Lifetime Value das, wo uns dann letztendlich den Return-Vest gibt, um letztendlich den kompletten Zyklus eben fortzuführen und eine Firma, egal was du machst, ja, Softwareentwicklung, IT-Beratung aufzubauen. Jetzt nochmal kurz zum Punkt zurück, ich habe jetzt ein paar Sachen zusammengefasst, weil du halt einfach begreifen musst, dass diese Videos alle ineinander greifen, ja, also bitte schau dir diese Videos auf meinem YouTube-Kanal völlig kostenlos, völlig frei, ja, alle dann auch an, ja, weil sonst verstehst du nicht die kompletten Zusammenhänge, und das ist super wichtig, damit du hier in Aktionen treten kannst, damit du überhaupt dir weißt, okay, okay, jetzt gehe ich diese Schritte, ja, wenn ich das alles in ein Video packen würde, dann wäre das Video fünf Stunden lang und das wäre natürlich für mich wieder schlecht, weil einfach dann nur ein einziges Video mit fünf Stunden irgendwie auf meinem YouTube-Kanal wäre und das ist dann nicht ganz so gut für den Algorithmus, also wenn ich das quasi thematisch unterteile, ja, und kleinere Videos draus mache und so weiter und so weiter, aber da gibt es eine eigene YouTube-Strategie dafür, ja, die ist dann wieder nur Teil des ganzen Großen. Also hier nochmal kurz zurück zum Punkt, Direktvertrieb, alles schön und gut, aber zunehmend informieren sich die Leute über dich, bevor sie das nächste Mikro-Commitment eingehen, also egal, wo wir gerade stehen, ja, das heißt, Kontaktaufnahme, Erstkontakt, Zweikontakt, Drittkontakt, Vierter, Fünfter Kontakt, whatever, ja, es gibt Statistiken, dass der Kunde mindestens zwischen fünf bis sieben teilweise sogar noch mehr Kontakte benötigt, bis er dann ins nächste Mikro-Commitment geht, beziehungsweise dann letztendlich kauft oder das maximale und rein Vertriebsziel zumindest mal sich committet dafür, was dann der Zoom-Call ist oder der Teams-Call und dafür musst du halt sozusagen Webseite, Webseite ist deine eigene Domain, du besitzt, die besitzt du, du bist der Besitzer von allem, was da drauf ist und deiner Domäne und so weiter und dann die Social-Media-Kanäle, da sind halt ganz wichtiger, ganz, ganz wichtiger Unterschied, ja, die Beiträge und alles, was du da machst, bist du zwar Besitzer, ja, sozusagen auch, aber der Owner dieser Plattformen, die das zur Verfügung stellen, die Reichweite, die Algorithmen etc., etc., sind natürlich dann die großen Big Four, die Tech Five, sorry, Tech Five, nicht Tech Four, ja, Amazon, Google, Facebook und so weiter, LinkedIn, Microsoft und hier einfach mal ein konkretes Beispiel, was ich dir wirklich ans Herz legen würde, mach Videos, insbesondere in der IT-Branche ist das unfassbar, Gary Vee sagt das immer so schön, underpriced attention, ja, Always look at where at the moment is the underpriced attention, ja, und das ändert sich manchmal, aber auch bezüglich einer bestimmten Branche, ja, das heißt, auf, letztens auf YouTube ist vielleicht underpriced attention für die IT-Branche ganz besonders groß, ja, also diese Kombination mit der Branche und der Plattform und dann noch die Art des Mediums, also sagen wir mal Shorts versus Long Video, ja, versus bezahlte Werbung, wer ist organisch, also da muss man dann auch mal schauen, okay, wo ist da, was funktioniert gerade am besten für welche Branche, in welchem Format, ja, das sind so diese drei Eckpunkte und da würde ich dir einfach ans Herz legen, einfach loszulegen und hier ein wirklich mega, mega Tipp, wenn du nur diesen einen Tipp mitnimmst, dann bist du schon wirklich gut dabei, als IT-Experte, Berater, Freelancer, Softwareentwickler, IT-Agentur-Inhaber, Dienstleister, wenn du schon Mitarbeiter hast, noch keine Mitarbeiter, wenn du noch auf dem halben Weg bist, um Freelancer zu werden, dich selbstständig machst, whatever, egal, starte einen YouTube-Kanal, hab keine Angst, mach einen, einfach, bei mir war es auch am Anfang irgendwie so, na, wie mache ich das und so weiter und so weiter, letztendlich starte einen YouTube-Kanal und hau einfach Content raus. Ich weiß, dass viele, also sagen wir mal, besonders in Deutschland, Leute sind sehr gewissenhaft, ja, dazu gehöre ich auch, bin auch absolut so erzogen worden, Pünktlichkeit, ja, Gewissenhaftigkeit, Ehrlichkeit und so weiter, ja, die ganzen großen Werte, die uns auch so, sagen wir mal, auch das gute deutsche Image auch im Ausland hier nach wie vor verschaffen, ja, und von dem wir sehr stark profitieren und warum halt viele Leute auch nach wie vor unsere Güter gerne kaufen, also Exportweltmeister sind zwar jetzt aktuell nicht mehr, glaube ich, aber, ja, wir können sie wieder werden. Und deswegen, was es, wenn es darum geht, auf Social Media Content zu verteilen, einfach loslegen. Also, hier gilt der Grundsatz, dann ist better than perfect. Nochmal, dann ist better than perfect. Okay, nochmal, weil es so schön war, dann ist better than perfect. Okay, ganz, ganz wichtig, insbesondere, wenn du diese Mentalität hast, diese typisch deutsche Mentalität, der Gewissenhaftigkeit und der Perfektionismus, ja, und dann, wenn du auch noch in Kombination damit auch noch Ingenieur bist oder Softwareentwickler, so wie ich es auch ursprünglich mal war, ja, und dann bin ich ins Marketing-Sales gegangen, dann ist es für dich, dann fallst du da rum und dann brauchst du irgendwie eine Stunde für irgendein Video oder eine Woche oder am Ende veröffentlichst du es nie, ja, weil es nicht gut genug ist oder sowas. Das ist komplett falsch. Du solltest einfach Videos machen, raushauen und dann siehst du, welches Video kommt gut an und welches nicht. Und das ist es, das Wichtigste überhaupt, dass du erstmal einfach ins Exposé gehst, ja, also dich einfach erstmal exponierst, also dich überhaupt mal zeigst, in die Sichtbarkeit kommst. Denn nur so kannst du überhaupt echtes Marktfeedback, ja, bis zu dem Zeitpunkt findet alles nur in deinem Kopf statt und alles, was nur in deinem Kopf stattfindet, zumal du wahrscheinlich noch gar keine Erfahrung hast mit irgendwelchen Social-Media-Kanälen und so weiter oder noch nicht groß, ist sowieso für die Katz, ja. Das heißt einfach, du musst raus in die Realität, ja, in den echten Kontakt. Das heißt, mach Videos, sprech einfach über das, was du gerne sprichst, ja, über deinen Job, über deine Themen, was dich bewegt, deine Erfahrungswerte, you name it, ja, einfach irgendwelche Erfahrungen mit Projekten und so weiter. Anonymisier einfach alles, dann passt das auch, ja, und dann hau raus. Und dann teile es eben so auf, Long-Videos, ja, zwischen 10 und 15 Minuten, ja, vielleicht ab und zu mal ein Interview schauen, dass du vielleicht mal eins kriegst, die können auch länger sein, 20, 30 Minuten, dann zwei, drei Minuten Videos, die kannst du dann auch als Google Ads verwenden, also dann zerteilst du nochmal, ja, zweiteilige, dreiteilige Serien und Shorts, ja, die generierst du dann aus dem Material. Und mach ruhig mal vier, fünf Videos pro Woche, vielleicht sogar noch mehr. Du kannst ja bei YouTube ganz, ganz tolle Funktionen, du kannst ja einmal Videos machen, schneiden, hochladen und dann einfach zeitversetzt veröffentlichen. Also du machst es einmal einen Tag und dann hast du Videos für die nächsten zwei Wochen. Ein weiterer Punkt, wenn du dann letztendlich siehst, okay, dieses Video, dieses Thema kommt sehr gut an, hier hat jemand geliked, hier hat jemand vielleicht sogar abonniert, hier hat vielleicht sogar jemand kommentiert, vielleicht sogar jemand geteilt, ja, dann nimmst du dieses Thema und recycelst dieses Thema und nimmst dann genau diese Themen und machst mehr Content daraus, machst eine komplette Playlist daraus, ja, und irgendwann bist du mal an dem Punkt, wo du sagst, okay, jetzt habe ich mir eine Community aufgebaut, ja, mit der kann ich interagieren und das ist letztendlich, ich würde mal sagen, ein wahres Gold wert, ja, weil aus dieser Community heraus, ja, und egal wie viele es sind, ob das zehn sind oder hundert oder tausend, findet echte Marktrecherche statt. Das heißt, das sind Leute, ja, echte Menschen, die dir Feedback widerspiegeln in dem, was du wiedergibst und dadurch lernst du deine Zielgruppe besser kennen, ja, okay, du magst dir vielleicht denken, ja, gut, ich kenne doch meine Zielgruppe, ich habe ja jetzt schon Kunden, ja, schon seit Jahren, 3, 4, 5, 6, 7, 10 Kunden im Jahr oder was weiß ich, oder 20 Kunden, ja, okay, aber jetzt mal angenommen, du hast jetzt aufgebaut sukzessive einen YouTube-Kanal und hast dort 1.000 Abonnenten und dort sind 500, 600 Leute, ja, und, oder 10.000 Abonnenten, ja, das ist eine ganz andere Geschichte, ja, also was das Thema Marktrecherche, Zielgruppenkenntnis, Zielgruppenkompetenz und so weiter, das ist das, das ist the way to go, ja, und das ist ein absolut, richtig krasses Fundament, ja, wenn du mal deine Zielgruppe so richtig verstanden hast oder vielleicht auch neue Zielgruppen, tangierende Zielgruppen, ja, Zielgruppen, die sozusagen überlappend sind, ja, wo du jetzt noch nicht so viel Erfahrung hast und daraus kannst du sehr viel aufbauen, ja, Marketing-Kampagnen, YouTube-Ads, du kannst Ads bauen, du kannst E-Mail-Kampagnen bauen, du kannst alles mögliche, deine komplette Marketing-End-to-End-Strategie, ja, Marketing- und Vertriebsstrategie, du kannst sogar deine Skripts darauf anpassen und das ist wirklich, wirklich Gold wert. Also versuch mal diesen Weg zu gehen, den Weg des Imperfektionismus, nenne ich das so schön, ja, dann ist better than perfect, schreib dir diesen Satz irgendwie an irgendwo auf und nagel ihn irgendwie dahin über deinen PC, dass jeden Morgen, wenn du aufstehst, gehst zum PC, siehst du diesen Satz, dann ist das better than perfect, ja, also machen ist besser than Perfektionismus, um übersetzt auf Deutsch, wenn du zu den Leuten gehörst, und da gibt es leider eine Menge, die einfach aufgrund des Perfektionismus, den sie halt haben als Ingenieur oder Softwareentwickler oder IT-Experte, halt einfach noch nie ein Video veröffentlicht haben, obwohl sie seit vier, fünf Jahren mit dem Gedanken spielen, also letztendlich in den Gedanken spielen, nur in ihren Köpfen. Okay, bis zum nächsten Mal, dein Thomas Klein, wenn dir dieses Video weitergeholfen hat in irgendeiner Art und Weise, gib den Videodammen hoch, lass mir einen Kommentar da und teile es mit deinen Kollegen oder mit deinen Freunden und dann sehen wir uns auf der anderen Seite. Bis dahin, dein Thomas Klein, ciao, ciao, happy hunting.